Zu ein Vorname? Schuhmann, Evelyn. Sind Sie allein gekommen? Nein, mit meinem Lebensgefährten. Adam! Kannst du mich mitnehmen? Ich hab aber kein Visum. Er hat sie unterwegs aufgegabelt und rübergeschleust. Was willst du eigentlich im Westen? Du stellst Fragen. Guck mir die Männer an und frag mich, warum gerade Adam. Ich glaub, ich kenn mit jedem zurecht, der halbwegs nett ist. Warum ausgerechnet Adam? Ziemlich wirre Geschichte, findest du dich auch? Das wäre eine Männer- und Frauengeschichte. Sonst nichts.